Das gesamte Ambiente. Das gesamte Ambiente. Viele setzen darauf, dass es keine Spiegel mehr gibt. Früher hat man den ganzen Raum verspiegelt, hat viele Fensterflächen reingemacht. Heute geht man eher hin und dunkelt die Räume ab, sodass man mit mehr Lichttechnik mehr erreichen kann, mehr emotionalisierende Räume bauen kann. Eben nicht mehr klassisch Laminatboden, weiße Wände, Putzbeleuchtung, sondern Farben, große Grafiken. Du kommst in den Raum rein und denkst, wow, hier habe ich jetzt Lust, Sport zu machen. Und bei den Leuten versuchen sie das zu transportieren und das gelingt sehr, sehr gut. Sie erleben hier was. Sie machen nicht eigentlich Sport, sondern sie erleben was und gehen da mit einem guten Gefühl wieder nach Hause oder aus dem Kursraum raus. Ja, also heute gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, das mit Touchscreen-Monitoren zu lösen, sodass ein Trainer nur noch einen Knopfdruck drücken muss und dann läuft das Technik komplett im Hintergrund, weil egal, wie man so einen Kursraum ausstattet, wenn du da 27.000 Knöpfe hast, der Trainer will sich ja auf die Trainierenden und auf die Inhalte konzentrieren und eben nicht auf irgendwelche technischen Ausrüstungen, egal wie, ob das jetzt Lüftung, Klimaanlage, Technik, Licht, Audiosystem ist. Das heißt, es muss halt so simpel sein, dass man einfach im Hintergrund das laufen lassen kann und dass der Fokus bei den Trainierenden bleibt. Das ist eine berechtigte Frage und immer ganz, ganz schwierig. Da geht jeder so einen anderen Weg. Die einen machen multifunktionale Räume, was sich so mehr und mehr durchsetzt, dass man sagt, ein Raum muss sowohl Yoga können als auch eine wirkliche Pumpstunde mit Vollgas. Einen sehr, sehr guten Ansatz finde ich, die Räume eben auch in den Lehrzeiten zu nutzen, um zum Beispiel Vorträge dort zu halten, sodass man zum Beispiel dann mit Jalousien den Raum dann wieder öffnet, bringt dann Tageslicht rein, macht dann Tische und Stühle rein und gibt dann den Leuten noch einen Ernährungsvortrag oder ähnliches. Das heißt, man hat so eine Cross-Nutzung des Kursraums in verschiedenen Nutzungsweisen und das ist sicherlich so eins der besten Konzepte, die man so in den letzten Jahren gesehen hat. Man kann dann auch nochmal vielleicht so einzelne Zielgruppen wie Yoga einen separaten Raum nochmal ausgliedern im Studio, weil die natürlich oft so ein Lautstärkeproblem haben, berechtigterweise, weil die natürlich Ruhe brauchen und eben nicht, wenn der Cyclingraum nebenan ist, gestört werden wollen. Also man muss sowohl das einmal baulich lösen, als natürlich dann inhaltlich auf seine Zielgruppe abstimmen. Also ich glaube, die jetzigen Generationen, die natürlich nur noch On-Demand arbeiten, nur noch Netflix gucken und nicht mehr eine, wie wir früher noch vielleicht eine Programmzeitschrift uns angesehen haben, was heute im Fernsehen läuft, die sind natürlich in der Erwartungshaltung nochmal ganz anders. Ich denke, dass dieses Thema Gaming großen Stellenwert kriegen wird, dass es eher so spielerischer Sport wird. Also mit, weiß ich nicht, Beamer, Leinwänden, mit großen Screenflächen, vielleicht auch aktive Böden, sodass man einfach ein bisschen wieder so in die Kindergartenzeit vielleicht zurückfällt. So doof das erstmal klingt, aber dass man wirklich einfach einen spielerischen Sport leistet da im Kursbereich. Und das muss natürlich sowohl technisch als auch vom Interieur von vielen Firmen gelöst werden. Und glaube ich, ist einer der Zukunftsmotoren. Es würde sich auch anbieten, mit VR-Brillen natürlich zu arbeiten. Das Problem ist nur, dass man Hygieneprobleme hat. Man kann natürlich in ganz viele Welten dann abtauchen und ganz tolle Sachen mit den Leuten machen. Aber bisher hat es sich noch nicht so praktikabel durchgesetzt. Und ich glaube, das wird auch eine schwierige Aufgabenstellung werden in den nächsten Jahren, dass man das ins Studio implementiert. Also ich glaube, das ist zielgruppengetrieben. Das heißt, man muss natürlich gucken, wenn ich Reha-Kurse anbiete, dann baue ich keinen dunklen Raum, wo man wenig sieht, kein Tageslicht reinkommt und da einfach das eher eine Atmosphäre von der Diskothek hat. Deswegen also in erster Linie zielgruppengetrieben. Ich denke, man sollte es nicht zu sehr übertreiben, dass man nachher fast keinen mehr sieht. Das ist in der Disco egal, vielleicht auf der Tanzfläche. Aber wir machen immer noch Sport und die Leute sollen sich natürlich auch nicht verletzen. Und der Trainer sollte immer noch die Möglichkeit haben, den ganzen Raum zu überwachen und da auch entsprechend durchgreifen zu können, wenn jemand völlig falsch ist oder eine Übersicht zu haben. Also natürlich die simple Bedienung im Vordergrund, sodass also nicht dann Trainer erstmal 20 Minuten der Zeit verbraucht, um ein Mikrofon mit einer Batterie zu versorgen, die ja noch vielleicht beim Supermarkt um die Ecke holen musste. Also das kann man heute alles sehr, sehr smart lösen, sodass also das Mitglied auch direkt reinkommt, der Kurs starten kann und gerade wenn Kurse hintereinander folgen, dass die Trainer sehr, sehr schnell wechseln können. Das sehe ich als einer der wichtigsten Faktoren. Eine vernünftige Akustik, das ist leider in vielen, vielen Kursräumen leider nicht der Fall, wo Lautsprecher zum Teil auch dann von hinten angeordnet werden, sodass man den Trainer dann hinter sich hört. Also eine gute Akustik ist sicherlich mit einer vernünftigen Bedienbarkeit für den Trainer das Essentiellste. Und dann im Lichtkonzept und Dekokonzept ist es halt maßgeblich zielgruppengetrieben. Ob man sagt, man will halt wirklich eher diesen Disco-Vollgas-Flair haben und sagen, die Leute sollen richtig abtauchen und was erleben. Oder ob man sagt, nee, eher ein bisschen zurückhaltender Tageslicht, eher Fokus auf Reha, Yoga, was auch immer, in einer anderen Zielgruppe. Dann kann man das auch sehr, sehr schön und hübsch machen. Das ist, wie gesagt, wirklich eine Frage der Anforderungen je Club. Genau.